hey du hund wer ist er sag mal hast du geschissen oder was also ich schmecke scheiße leute irgendjemand hat hier in mein haus geschissen ohne zu fragen und ich will jetzt auf der stelle wissen wer das hier von euch war ich mein ihr kommt hier mein haus scheiß für die großen und könnt einfach nicht spüren ja du mit der kackbrille da drüben ich meine das geht so nicht hatte die mutter nichts beigebracht jetzt sich ja ich habe gespült ich wirf koran alle halt die fresse du stinkst ich habe nicht gespült auf die mir eine knarre knarre ja knarre du püschädel na komm gib mir die knarre los ja hier so hier hast du deine knarre du hundern ja auf jeden ich will auch eine knarre alter was soll das knapp ööööön du kannst Popular du kannst du Ahhhhhhhhhh